Andererseits könnte das auch so ein kleiner Trick sein, den Leute vielleicht benutzen, um irgendwo hinzukommen, wo man normalerweise nicht hinkommt. So, das normale Vorgehen ist, ich glaube, dass man hier nicht runterfällt. Und wer runterfällt, der kann natürlich hier so wieder hochkommen, wenn er denn schlau genug ist. Denn für diesen Fall gibt es jetzt, glaube ich, keinen Hilfetext. So, hier wird auch erklärt, wie man mehrere Träger löscht, nämlich man kann nicht das löschen, weil da noch diese drei anderen drauf sind. Schön wäre es natürlich, wenn man hier beim Klicken irgendwie ein visuelles Feedback kriegen würde. Das ist, diese drei sind dieses Blockieren, weil wenn ich hier klicke, passiert einfach nichts. Wenn ich aber da klicke, passiert was. Also, außer diesem Text gibt es hier keinen Hinweis, warum das löscht. Also, ich zähle hier einfach nochmal ein paar Sachen auf, die mir so aufgefallen sind, wenn sich das halt mir genauer anschaut. So, hier sieht man. Ich habe noch so ein kleines Problem von dem Spiel vielleicht. Ich muss erst auf diese Fläche gehen, dann auf dieser. Und ich kann das aber nicht einschätzen, dass ich quasi, wenn ich auf dieser Fläche stehe, dass ich hier ein Gelb bekommen werde. Und das führt halt manchmal dazu, dass man sehr viel rumprobieren muss. Wenn man dieses zweite Dreieck quasi nicht setzen kann, während man da drauf steht. Und das ist jetzt hier zum Beispiel so ein Fall, wenn ich dieses Dreieck gesetzt habe, dann ist es schwierig, das zweite zu bauen, während ich auf dem ersten stehe. Ich mache es mal kurz nochmal zurück. So, wenn ich jetzt hier so das Dreieck hinbauen will, dann müsste ich eigentlich auf dieser Fläche stehen, um zu sehen, ah, es ist gelb. Sehr schön. Wenn ich jetzt hier so stehe und versuche, das zu bauen, dann ist das so ein bisschen schwierig, weil ich hier so ein bisschen schräg stehe und dann ist auf einmal die Steuerung so ein bisschen komisch. Also, wenn ich jetzt hier nach links und rechts mich drehe, dann geht das nämlich gar nicht mehr nach links und rechts. So. Aber ich habe ja im Prinzip jetzt hier eine korrekte Verbindung gebaut zwischen diesen drei Dreiecken. Also, da kann ich jetzt quasi so nacheinander hinlaufen, auch wenn das jetzt hier nicht reicht, um da hochzukommen. Das ist ja eigentlich eine korrekte Verbindung. Im Gegensatz zu vielleicht, ich weiß nicht, dem hier. Aha, das ist sowieso kein Dreieck. So. Ah, das wird auch grün. Also, sagen wir mal, das ist mein erstes Dreieck. Das ist mein zweites. Oh, geht trotzdem. Es gibt halt einen bestimmten Winkel, den kann man nur durch Experimentieren herausfinden. So, jetzt zum Beispiel ist, gibt es hier, ist die Dreiecke quasi nicht korrekt verbunden, wenn ich langlaufen will. Das, das hintere wird nicht gelb, wenn ich auf das vordere gehe. Und baue ich das so. Dann ist es genauso. Also, wie weit vor muss ich den, muss der Punkt gesetzt werden? Vielleicht so? Man weiß es nicht. Wenn man die Dreiecken von Weitem sieht, sieht das Dreieck genauso aus, als wenn der Punkt da hinten wäre. Und deswegen ist das zu den Dreiecken quasi nicht anzusehen, dass man, dass das eine gültige Verbindung ist und das andere eine ungültige war. Vielleicht könnte man da einfach sagen, ja, wenn dieses Dreieck in einem bestimmten Winkel zu einem gelben Dreieck ist, dann ist es nicht mehr rot, sondern es ist orange oder so. Und dann würde ich sehen, ah, wenn ich auf dieses gelbe Dreieck gehe, dann kriege ich direkt eine Verbindung zu diesem orangenen, weil das dann nämlich gelb wird. Und dann würde wieder das nächste rote Dreieck schon orange werden und so weiter. Und ich könnte quasi sehen, wie mein Weg sein soll, weil mir das durch die orangenen Dreiecke schon angezeigt hat. So, jetzt habe ich hier das zweite Lichtwesen hier. Freigelassen und bekomme hier die Schwere auf Kabel runterzubauen, was nicht mit der offensichtlichen Lösung funktioniert, sondern nur Umwege. So, noch bin ich zwei weg. Etwas tiefer. Und schon habe ich es. So, folgen wir den Lichtern. Und wir sehen, dass hier beide Rohre befeuert werden. Und wir kommen hier durch das Tor. Und das ist die Stelle, wo die freispielbare Demo endet. Und nun befinden wir uns auf Neuland. Für mich. Hier ist also ein Rohr, was Lichtpunkte ausspuckt. Und da hinten gibt es drei, wo sie rein können. Und das mittlere wird schon aktiviert. Dann gibt es noch da ein Rohr und da ein Rohr. So. Dann sieht man so einigermaßen, dass das ein Ausgang quasi ist. Also, was heißt Ausgang? Ja, da ist was, wo was rauskommen soll. Und da hinten soll es reinfliegen. Sieht aber auf den ersten Blick. Huch. Sieht aber auf den ersten Blick ziemlich gleich aus. Finde ich. Also, das ist ein bisschen kleiner. Aber ansonsten. So, wahrscheinlich geht es darum, ich muss das und das Gerät anwerfen, damit hier noch was passiert. Und das funktioniert, wenn ich hier erstmal hier rübergehe. Und dann hier irgendwas erledige. So, da komme ich quasi in einen anderen Level. Und muss hier als Neues lösen. So, da ist ein Strahl. Der wird blockiert durch die Kisten. Und da fehlt auch noch ein Kristall. So, dann nehmen wir mal diesen Kristall. Den fahrt man zur Wand, zur Handfraben. So, jetzt wird hier irgendwas umgelenkt von den Strahlen. Das würde sich doch mal geeignet, um ein bisschen diese Kisten abzustellen, ist das Loch. Wenn hier mal ein bisschen oben nicht durch die Gegend laufen. So. 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 Vielen Dank.